Hallo, liebe Nutzer von Feminize. Mein Name ist Claudia, ich bin die Support- und Community-Managerin bei Feminize. Heute möchte ich dir zeigen, wie du unser Modul Einkaufen mit den Einkaufslisten benutzt. Wir starten im Navigationsmenü und wählen das Modul Einkaufen aus. Wir landen in unseren Einkäufen und finden eine leere Einkaufsliste. Tippst du auf das leere Feld oben in der Kopfzeile, öffnet sich ein Menü Meine Einkaufslisten. Als erstes geben wir unserer Einkaufsliste einen Namen. Sinnvoll ist es, eine gemeinsame Einkaufsliste für die Familie anzulegen, die von allen gleich befüllt und bearbeitet werden kann. Gib deiner Einkaufsliste einen Namen deiner Wahl, wie zum Beispiel Wocheneinkauf. Wir speichern. Du kannst aber auch persönliche Listen für den Einkauf deiner Oma oder ähnliches anlegen. In dem Fenster Meine Einkaufslisten gehst du über den Button Bearbeiten und kannst nun weitere Listen hinzufügen oder bereits angelegte Listen umbenennen. Dann Bearbeiten, Beenden drücken, um den Vorgang abzuschließen. Produkte fügst du deiner Einkaufsliste hinzu, indem du oben rechts auf das Plus drückst. So gelangst du in die Liste der Produkte. Über ein Suchfenster oben kannst du nun nach deinen gewünschten Produkten suchen. Wir haben bereits ca. 500 Standardprodukte für dich angelegt. Wir suchen nach Tee. Solltest du dein gewünschtes Produkt, unseren Tee, nicht finden, wählst du den Button Neues Produkt anlegen. Die Eingabemaske für dein neues Produkt öffnet sich. Hier kannst du die Anzahl für das Produkt Tee erhöhen, eine Verpackungseinheit für Tee wählen, wie Kilo, Portion, Flasche und so weiter oder über das Plus eine eigene Einheit hinzufügen. Du kannst eine Kategorie aussuchen, der du dein Produkt zuordnest, wie Körperpflege, Medikament, Werkzeug. Wir fügen die Kategorie Getränk hinzu und den Ort angeben, wo du das Produkt eigentlich am liebsten einkaufst oder weitere eigene Orte hinzufügen. Die Ortsangabe ist insofern wichtig, dass du deine befüllte Einkaufsliste nach Einkaufsorten filtern kannst. Den Preis haben wir hinzugefügt, damit jemand, der nicht so oft einkauft, ein Gefühl dafür hat, was du normal dafür bezahlst. Du kannst alles ausfüllen, musst aber nicht. Nun kannst du dein neu angelegtes Produkt speichern. In dem Augenblick, in dem du das Produkt speicherst, fügst du es automatisch deiner Einkaufsliste hinzu. Wir befinden uns somit wieder in unserer Einkaufsliste. Unser neu hinzugefügtes Produkt ist hellblau unterlegt, sodass du leicht überprüfen kannst, ob dein Produkt in der Liste ist. Nun noch einmal zurück zu unserem Filter. Du findest den Filter in der Kopfzeile neben dem Plus für Produkte hinzufügen. Klickst du den Filter an, öffnet sich eine Liste mit den Einkaufsorten, die du oder wir bei deinen Produkten angegeben haben. Willst du einen Ort, zum Beispiel den Supermarkt, aus, so werden dir nur noch Produkte angezeigt, die du im Supermarkt einkaufen wolltest. Klickst du den Filter erneut an, kannst du nach einem anderen Kriterium sortieren oder über den Button Alles wieder alle Produkte anzeigen lassen. Deine Einkaufsliste kannst du nach deinem Einkauf kontrollieren und überprüfen, ob du auch nichts Wichtiges vergessen hast. Prüfst du den Haken vor dem Produkt, so markierst du es als eingekauft und es verschwindet von deiner Einkaufsliste. Diese Aktion wird sofort auf allen deinen Geräten, auf denen du Feminize installiert hast, synchronisiert. Wundere dich also nicht, wenn eines deiner Produkte fehlt, weil dein Partner es bereits eingekauft oder abgehakt hat. Über der Fußzeile gibt es eine grüne Lasche. Mit ihr öffnest und schließt du eine Liste mit deinen zuletzt eingekauften Artikeln. Hier kannst du schauen, ob der Artikel bereits abgelegt ist. Möchtest du ein bereits angelegtes Produkt ändern, so tust du dies in der Produktliste. Wichtig ist, das Speichern niemals vergessen. Änderst du ein Produkt in der Einkaufsliste, so ist es nur für den Einkauf geändert. Innerhalb der Produktliste kannst du die Ansicht der Liste ändern, indem du auf den Button oben rechts klickst. Die Liste ist eine komprimierte Form der Produktliste, sodass du auf einen Blick mehr Artikel siehst. Eine kleine Zahl neben dem Produkt sagt dir, wie oft sie in deiner aktuellen Einkaufsliste, die du gewählt hast, vorhanden ist. Ist das Suchfenster oben leer, so werden die chronologisch die Artikel angeboten, die du am häufigsten eingekauft bzw. eingegeben hast. Durch einfaches Antippen der Produkte kannst du die Anzahl der gewünschten Produkte erhöhen. Hier kannst du mehrere Artikel auf einmal auswählen, ohne ständig in die Einkaufsliste zurückgeleitet zu werden. Über das Suchfenster kannst du nach verschiedenen Artikeln suchen und jeweils durch Anklicken die Anzahl des Produktes erhöhen und deine Liste hinzufügen. Über den Button in der Fußzeile gelangst du abschließend wieder zurück in deine Einkaufsliste. Probier es einfach mal beim nächsten Einkauf aus. Solltest du noch weitere Fragen oder Anregungen haben, so wende dich gerne an mich. Weitere Videos findest du auf unserer Homepage und Blog. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.